Hallo meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar befinden wir uns heute nochmal ein paar Slowake. Hier an der Anlage wird draußen was gebaut, ich weiß aber nicht genau was. Deshalb sind wir froh, nochmal hier gewesen zu sein, einige Fotos gemacht zu haben. Und ich hoffe, dass euch natürlich mein Video dann auch gefällt. In ein paar Tagen habe ich Urlaub, drei Wochen sind es glaube ich noch im Sinn. Und dann fahren wir wieder mal nach Thüringen. Thüringen hat glaube ich insgesamt 23 oder 24 Untertageverlagerungen. Und da wollen wir uns natürlich wieder welche anschauen. Ich wünsche euch aber erstmal Spaß bei dem Video hier von Paas Leuk. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert, kann das natürlich jederzeit tun. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018